Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 5.5.2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 816. Und heute habe ich mit dabei Mobilitätstrends, Circle View, Recapture, Google Drive, Moveit und Kickstarter. Da Apple und Google haben herausgegeben, wie sie das Ganze machen werden mit der Covid-19-Schnittstelle in ihren Betriebssystemen. Was da genau rauskommt und die Mobilitätstrends-Reports, wie man diese Mobility Trends, wie sie sich so schön nennen, haben sich bei Apple noch ein bisschen detailliert. Man kann jetzt da zum Beispiel in der Schweiz, aber auch in Ländern, die Bundesstaaten, Bundesländer etc. haben. Ich nehme an, Deutschland, Österreich wird da genauso mit dabei sein. Da kann man gezielt Kantone ansteuern und dann die dedizierten Ergebnisse dabei raussuchen. Wer sich da genauer interessiert, Link wie immer in den Show Notes. Ansonsten, wer schnell ist und mittippen will, apple.com slash covid19 slash mobility. Und damit gehe ich auch gleich weiter. Es gab eine Neuigkeit, leider erst in Amerika angekündigt, die neue Logitech-Kamera für drinnen und draussen. Mit Unterstützung vom Apple HomeKit, also generell HomeKit und HomeKit Secure Video. Die Kamera wird etwas um die 160 Dollar kosten. In Amerika logischerweise immer ohne die Steuern. Und sie ist ein bisschen verbessert worden. Sie kann 1080p Video, obwohl das kann die letzte auch schon. Hat 180 Grad Erfassung, kann die letzte auch schon. Aber es soll ein bisschen mehr Beleuchtung dazugekommen sein im Bereich Infrarot-Sensoren, die da mit angebracht sind. Dass im Dunkeln auch alles mitkommt. Und sie ist wetterfest, aber ohne Akku. Das ältere Modell, der Circle 2, welchen ich hier auch habe. Link könnt ihr mal nachschauen. Im Blog habe ich Reviews dazu verfasst. Und die hat jetzt eben nur noch eine Stromversorgung. Die Akku-Version ist, zumindest laut der Info, auf der amerikanischen Webseite weggefallen. Dann ReCapture. Das ist ja das Teil, was Google damals erfunden hat, um seine Daten der Karte zu verbessern. Und uns ein bisschen Sicherheit gibt, dass gewisse Dienste beim Login sicherstellen, dass ein Mensch dahinter ist und nicht für irgendwelche bösartige Bots. Und ja, was machen halt die Sicherheitsmenschen, die da eben Daten rausholen? Eben nicht die Sicherheitsmenschen, sondern die Bösewichte. Die verwenden das, um ihre Seiten zu schützen. Doof gelaufen. Aber ja, wenn was gut ist, dann übernimmt man es halt auch von der anderen Seite. Länger war es ein Gerücht, dass Intel sehr grosses Interesse der israelischen Firma Muvit hat. Nun ist es offiziell. Für stolze 900 Millionen US-Dollar hat man die Firma gekauft und gliedert sie beim eigenen Tochter Mobileye als genauso wie der Tochterunternehmen ein. Sie darf weiterhin, also Muvit darf weiterhin sein Kerngeschäft betreiben und auch die Kunden etc. Aber es soll natürlich einen Austausch vom Wissen, einen Austausch vom Know-how etc. geben und man hat damit auch Zugriff auf neue Kunden. Also man ist in dem Fall dann wieder Intel. Ich bin mal gespannt, wie sie das machen. Ich war ja im Jahre 2014 damals in Paris an einem Intel IDF und da habe ich ja schon erste solche Lösungen gesehen. Ich bin gespannt, wenn die dann wirklich kommen. Damals hieß es 10-Jahres-Plan. 15-Jahres-Plan war eines. Das kommt ja bald schon. Google hat nachgeliefert etwas, was unter anderem Dropbox und OneDrive schon länger bietet. Kann jetzt Google Drive auch oder wie heisst das jetzt? Drive One oder wie der neue Name ist. Die kann man jetzt schützen und zwar unter Android wie auch unter iOS. Kann man jetzt mit dem Fingerprint, also Face ID oder mit Touch ID die App sperren. Dass sowas nicht schon viel länger drin ist, wundert mich. Aber schön, dass es endlich jetzt da ist. Und zu guter Letzt kommen wir zu dem Thema, was mich sehr begeistert und immer wieder mal Freude bereitet. Und manchmal auch nicht. Deshalb habe ich auch einen eigenen Podcast dazu. Crowdfunding.geektalk.ch Wer sich interessiert. Ja, da könnte es in nächster Zeit ein bisschen noch ruhiger werden. Denn aktuell hat man 35% weniger neue Kampagnen auf der Plattform. Und da die Margen bei Kickstarter relativ dünn sind, somit auch natürlich Gewinneinbußen. Was auch heisst, dass man bis zu 45% der Leute entlassen muss oder will oder wie auch immer gezwungen ist. Aber mit Möglichkeit auf Rückkehr, wenn dann die ganze Corona-Geschichte durch ist und sich das Ganze wieder ein bisschen beruhigt hat. Ich hoffe für Kickstarter, dass das relativ fix kommt und auch für alle anderen, dass sie die Leute wieder zurückholen können und man vielleicht sogar einen neuen Schwung hat, was das Ganze anbelangt. Und ein bisschen bessere Überprüfung von Deals, die dann eben doch nichts werden und nur das Geld eingesackt haben. Aber ja, das ist ein anderes Thema. In diesem Sinn, besten Dank fürs Reinhören. Wenn ihr mögt, morgen wieder am Mittwoch. Ansonsten euch noch einen schönen Tag. Und ach ja, fast wäre es untergegangen. Nee, war natürlich extra so eingebaut. Apple hat ein neues MacBook vorgestellt. Das 13-Zoller-Modell wurde jetzt auch überarbeitet. Die Tastatur, die man beim 16er im letzten November eingebaut hat, ist jetzt auch hier drin. Ein bisschen mehr RAM, ein bisschen hochgetakteres RAM, ein bisschen mehr Speicher etc. Alles möglich und zu angenehmen Apple-Preisen, wie man sie halt kennt. Moment, ich bin sehr stark verlockt da. Nein, Finger weg, Martin. Ich gehe jetzt ins Bett. Euch einen schönen Start in den Tag. Bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.